Ja, mein Name ist Steffen Lorenz, hallo. Ich bin nicht verwandt, nicht verschwägert mit dem Sven Lorenz von Porsche. Ich komme von der Software AG und möchte Ihnen das Projekt vorstellen, was wir gemeinsam mit und bei Roald Dierkswager in den Niederlanden realisiert haben. Der Andy van Stein, der eigentlich heute dabei sein wollte, ist leider terminlich verhindert, hat den Vorteil für Sie, dass wir die Präsentation auf Deutsch hören können und nicht auf Niederländisch. Starten wir mal mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Kapitän von einem großen Containerschiff und müssen Ladung von Gribraltar nach Rotterdam bringen. Sie wissen, dass Sie spätestens in drei Tagen in Rotterdam sein müssen, um die Ladung rechtzeitig löschen zu können und fahren deshalb in Gribraltar erstmal mit voller Fahrt los. Sie fahren dann Richtung Rotterdam und kurz vor dem Hafen von Rotterdam bekommen Sie mitgeteilt, der Hafen ist leider voll, es gibt keine Ankerplätze, Sie müssen vor der Hafeneinfahrt auf Rede gehen und müssen zehn Stunden warten, bis die nächste Flut kommt und Sie in den Hafen einfahren können. Hätten Sie das früher gewusst, hätten Sie deutlich langsamer fahren können und hätten dadurch massiv Treibstoff sparen können. So ein Containerschiff verbraucht im Durchschnitt 14 Tonnen Schweröl als Treibstoff pro Stunde. Wenn Sie die Fahrtgeschwindigkeit nur um 30 Prozent reduzieren können, können Sie schon 50 Prozent des Treibstoffs einsparen. Sie sehen also, mit diesen Informationen hätten Sie massiv Kosten für den Transport sparen können und hätten damit auch massiv die Umwelt entlasten können, denn jede Tonne Schweröl, die verbrannt wird, entspricht drei Tonnen Kohlendioxid, was in die Atmosphäre entlassen wird. Auf der anderen Seite gibt es den Hafen von Rotterdam, wo auch eine ganze Reihe von Informationen zusammenfließen, Ihre erwartete Ankunftszeit mit dem Containerschiff, die Gezeiten-Tabellen liegen dort vor, dort liegt vor, welche Ankerplätze wann verfügbar sind, welche Kräne verfügbar sind, welche Container abtransportiert werden sollen, beziehungsweise neu auf das Schiff geladen werden sollen. Also auch hier müssen eine ganze Menge von Informationen verarbeitet werden, damit es zu einem reibungslosen Ablauf im Hafen kommen kann. Und es ist insbesondere wichtig, diese ganzen Daten von den einzelnen Schiffen zu koordinieren, damit das Risiko von Unfällen im Hafengebiet reduziert werden kann. Sie können sich vorstellen, da sind nicht nur die großen Containerschiffe unterwegs im Hafengebiet, sondern auch die ganzen kleinen Binnenschiffe, die die Waren entgegennehmen und dann landeinwärts transportierend. Dort sind jede Menge Bahnen unterwegs, jede Menge LKWs. Das muss alles gemanagt werden. Und vor diesem Hintergrund, dass es jede Menge Abstimmungen zwischen Schiffen und Hafen gibt, wurde bereits 1872 die Firma Royal Dirk Zwager gegründet. Royal Dirk Zwager tritt als Informationsdienstleister, als Informationshub auf, zwischen dem Hafen von Rotterdam, also der Hauptkunde ist wirklich der Hafen von Rotterdam, und den verschiedenen Rädern und Transportunternehmen, die mit dem Hafen von Rotterdam zusammenarbeiten. Und Royal Dirk Zwager betreibt ein hochmodernes System mit rund 90 Mitarbeitern, das sich Port Visit Monitoring System nennt. Und dieses System ist auf Basis von Software AG-Technologie realisiert worden. Im Wesentlichen nimmt dieses System Informationen von den Schiffen entgegen. Es gibt da einen weltweiten Standard, der nennt sich Automated Information System, also jedes größere Schiff ist mit einem Sender ausgestattet, was permanent die Position, die Geschwindigkeit, den Zielhafen von diesem Schiff kommuniziert. Und diese Daten nimmt Royal Dirk Zwager entgegen und leitet die über einen Messaging-Backbone in die nachgelagerten Systeme weiter. Und was jetzt in unserem Kontext hier besonders interessant ist, ist diese orange dargestellte Komponente der Event Manager. Das ist eine Lösung, eine Komponente, die auf Basis des Software AG-Produktes APAMA realisiert wurde und für die Verarbeitung von, wir nennen es, Big Data in Motion verantwortlich ist. Also hier geht es darum, große, umfangreiche Datenströme in Echtzeit zu verarbeiten, im klassischen Sinne eines Complex Event Processings, Daten zu korrelieren, Abhängigkeiten zu analysieren, Entwicklungen im Zeitverlauf zu analysieren und auf dieser Basis in Echtzeit Entscheidungen zu treffen. Also beispielsweise, das ist der erste Use Case, den Dirk Zwager implementiert hat, wann überfährt ein Schiff eine bestimmte gedachte Linie oder wann fährt ein Schiff in eine bestimmte Zone ein. Das ist der Use Case, der besonders interessant war für den Hafen von Rotterdam, weil auf dieser Basis die Rede berechnet werden kann, beziehungsweise die Hafenbenutzungsgebühren. Also der Hafen hat sich dafür interessiert, wann kommt das Schiff in unser Gebiet rein, wann können wir ihm Gebühren berechnen. Und das wurde, wie gesagt, zunächst realisiert. Man hat dafür ungefähr 1000 Events pro Sekunde verarbeitet, basierend auf einer Grundgesamtheit von ungefähr 100.000 Schiffen. Also ungefähr 100.000 größere Schiffe auf der ganzen Welt senden ihre Daten, aus denen Joel Dirk Zwager dann das herauszieht, was für sie interessant ist, nämlich nur die Schiffe, die in der Nähe von Rotterdam sind. Die Schiffe, die in Kapstadt sind, interessieren nicht. Wenn sie in Gibraltar sind, interessieren sie so ein bisschen. Wenn sie dann durch den Kanal durchfahren, werden sie schon richtig interessant. Und wenn sie kurz vor Rotterdam sind, dann sind sie ganz interessant. Das hat dazu geführt, dass man mit einer relativ überschaubaren Big Data-Zahl von 1000 Events pro Sekunde gestartet hat, das analysiert hat und auch historisiert hat, sodass man pro Tag schon immerhin auf 86 Millionen relevante Events gekommen ist. Wenn man das auf einen Monat hochrechnet, ist man schon bei zweieinhalb Milliarden Events. Also da sind wir dann wirklich bei Big Data immer vor dem Hintergrund, das muss in Echtzeit analysiert werden und da müssen in Echtzeit auch Entscheidungen getroffen werden. Beispielsweise kann man sich vorstellen, wenn ein großes Containerschiff und ein kleines Binnenschiff im Hafen auf Kollisionskurs sind, dann müssen die beiden Kapitäne auch informiert werden. Die Realisierung von dem Projekt hat eine ganze Weile gedauert, muss man ehrlich sagen. Also das ging nicht von heute auf morgen. Dirk Swager hat sich Anfang 2009 erstmals mit der Thematik konfrontiert gesehen, dass es nicht mehr ausreicht, mit einem klassischen BI-Ansatz Daten zu sammeln und auszuwerten, sondern dass man das in Echtzeit machen muss. Einfach aufgrund der Tatsache, dass BI ganz viele können und man konkurrenzfähig bleiben muss und auf eine Echtzeitbasis gehen muss. Man hat dann der IT den Auftrag gegeben, sich mit dem Thema Complex Event Processing als eine Möglichkeit der Lösung zu beschäftigen. Das hat die IT dann über eine ganze Zeit lang getan. Parallel dazu hat man in der Unternehmensführung überlegt, wenn man so etwas macht, was bedeutet das? Welches Services kann man anbieten? Was kann man den Kunden anbieten? Was bedeutet das für das Unternehmen? Und man war dann 2011 so weit, dass man gesagt hat, okay, wir als Unternehmen, Royal Dirk Swager, wollen diesen Weg gehen, wollen dieses Angebot unseren Kunden machen. Man hat dann die Entscheidung getroffen, man setzt dieses Projekt um, man beschafft eine entsprechende Softwareplattform, auf der das Ganze realisiert werden kann. Man trainiert die eigenen Mitarbeiter, weil es eben ein ausgesprochener Wunsch war, das Ganze selber realisieren zu können. Nicht fertig, eine Lösung aus der Box zu kaufen, sondern das selber aufzubauen, das Know-how zu haben, auch später Änderungen machen zu können. Einfach, weil man das als Differenzierungsfaktor im Markt gesehen hat. Man hat es dann realisiert, eben bis Mitte 2013, das Projekt dann in Produktion genommen werden konnte. Seitdem läuft es also bei Dirk Swager, knapp ein Jahr jetzt. Und das System wird immer weiterentwickelt, in dem Sinne, dass man neue Use Cases dazu implementiert, dass man an den bisherigen Regeln, die in dieser Complex Event Processing Plattform realisiert sind, nachschleift und die Regeln verändert und das System so immer weiter optimiert. Die Vorteile von dem System kann man einmal intern, einmal extern sehen. Intern war es für Royal Dirk Swager überhaupt wichtig, so ein aktives Monitoring zu haben. Also genau diesen Echtzeitansatz fahren zu können, weil man das eben als ganz entscheidend gesehen hat, um im Markt erstmal wettbewerbsfähig zu bleiben, um nicht verdrängt zu werden, aber auch als eine Möglichkeit, um am Markt neue Potenziale zu erschließen, zu expandieren, indem man beispielsweise neue Dienstleistungen anbietet, um den Umsatz zu erhöhen. Beispielsweise Auswertungen, ob Schiffe, ob Fischerboote unerlaubt in Gebiete von Windfarmen einfahren oder ob Fischerboote in Fischgründen operieren, wo sie eigentlich nicht hinfahren dürften, wo eben die Fische geschützt sind. Genauso überlegt Dirk Swager jetzt noch, diesen Service für andere Häfen anzubieten, weil das eben in Rotterdam so gut funktioniert. Externe Vorteile gibt es auch. Wir haben vorhin gehört, wenn Sie volle Fahrt machen mit so einem Containerschiff, verbrauchen Sie sehr viel Treibstoff und bei einer Verzögerung, die eigentlich nicht gewollt ist, könnte man langsamer fahren und Treibstoff sparen. Und genau diesen Use Case hat Dirk Swager auch tatsächlich so umgesetzt. Die informieren gegebenenfalls ein Schiff, das es erst später im Hafen einzutreffen braucht. Das heißt, durchschnittlich würden die dann einem Kapitän vier Stunden vor Ankunft im Hafen Bescheid geben. Du kannst langsamer fahren, es ist kein Ankerplatz vorhanden und dadurch kann der Kapitän Treibstoff sparen. Im Schnitt 4.000 Euro Einsparung für Treibstoff und Redegebühren pro Schiff. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf die Erfolgsfaktoren. Das sind die typischen Faktoren, die man immer wieder sieht in den Projekten. Aber für mich ist wichtig zu sagen, Dirk Swager hat es genauso implementiert und es bestätigt diese Erfolgsfaktoren für die Projekte. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank.